In diesem Video wird nochmals die Bildung des Conditionell Présent behandelt und geübt. Ich wiederhole kurz die Bildungsmuster der verschiedenen Verbgruppen und du lernst noch eine neue, einfachere Bildungsformel, die die anderen ersetzt, aber für Fortgeschrittene wie dich geeignet ist. Danach lernst und übst du anhand etwas schwierigerer Verben und Satzkonstruktionen, wo und wie das Conditionell Présent eingesetzt wird. Auch von den Sonderformen des Conditionell werden wir reichlich Gebrauch machen, denn die sind in der französischen Alltagssprache das täglich Brot. Mit diesem Video ergänzt und vertiefst du dein Wissen über die Bildung des Conditionell Présent. Voraussetzungen Du solltest die bisherigen Lehrvideos zur Bildung und Gebrauch des Conditionell Présents sowie das Übungsvideo gesehen haben. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Du kannst auf Chineierenmatte auf abonnieren.